ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute geht es um dieses unscheinbare paket und zwar ist es von der firma five ein usb kondensator mikrofon mit der bezeichnung k 670 ich hatte ja schon mal von dieser firma ein mikrofon im test und das hat nicht schlecht abgeschnitten und darum wollte ich jetzt noch mal die verbesserte version eben ausprobieren und schauen was die so drauf hat also auf der box kann man nichts besonderes erkennen ist weiß gehalten mit dem schriftzug five ein drauf und aber vom gewicht her mag man schon dass da einiges auf jeden fall schwerer sein muss wie beim vorgänger da einfach wahrscheinlich die substanz mehr ist bei diesem mikrofon das hat eine 16 mm membrane eingebaut und jetzt schauen wir einfach mal was sich drin befindet wie gesagt ist nichts besonderes aufgedruckt hier eine internetseite und da ist der deutsche händler aufgedruckt die firma saika und daneben die modellbezeichnung dazu genau jetzt machen wir das einfach mal auf das paket mit der schere geht es immer am besten und schauen wir mal was drin ist so einmal paket auf und dann sehen wir auch schon eine bedienungsanleitung das war bei dem anderen mikrofon auch so in verschiedenen sprachen und deutsch ist natürlich auch dabei das ist sehr gut finde ich auch schön dass es farbig ist und sehr gut bebildet ist also da bleiben keine fragen offen auf jeden fall finde ich super die anleitung natürlich braucht man nicht unbedingt eine anleitung bei bei so einem mikrofon normal ist das fast alles selbst erklären vielleicht beim einrichten wobei das ja auch plug and play ist bei diesem mikrofon ist ja ein usb anschluss dabei aber man weiß ja nie drum anleitung gehört dazu also weiter geht's so dann ist es hier schön aufgeräumt gut geschützt dann haben wir hier das usb kabel auch sehr hochwertig mit einem klettverschluss zum verstauen das kabel ist auch eine super dicke und ist auch gut abgeschirmt hat sogar auch ein fein logo drauf also ist speziell dafür hergestellt worden und ich denke weil es ist so circa zwei meter länge muss das auf jeden fall haben auf jeden fall ein hochwertiges kabel das merkt man schon wenn dann der rest auch so hochwertig ist dann bin ich sehr zufrieden damit so dann schauen wir weiter was haben wir hier das ist ein sehr schweres teil das ist komplett aus metall gearbeitet der mikrofon fuß also wirklich richtig schwer ich denke mal dass das mikrofon so nicht umfallen kann so außer man stoß richtig schwer dagegen natürlich ist gut eingepackt so wie es aussieht und sollte auf jeden fall seine job machen so also komplett metall innen das gewinde und hinten aus so gummi material das eben rutsch unempfindlich ist das bleibt daneben da wo es stehen soll und rutscht dann nicht auf den tisch hin und her das sollte auf jeden fall passen als nächstes was haben wir da ach das ist der fuß kann man sagen also der adapter das sind drei teile die lassen sich auseinander schrauben und dann eben je nach wunsch das mikrofon in der höhe unterschiedlich einstellen da gibt es natürlich auch bessere lösungen auf dem markt das ist eine sehr einfache lösung aus aluminium mit gewinde da muss man halt viel schrauben aber ich denke mal das stellt man einmal ein die höhe wie man es gerne hätte und dann bleibt es eigentlich so man kann das mikrofon natürlich auch wenn das die lösung hier gar nicht gefällt kann man sich das auch in so einem mikrofon arm rein machen dass der adapter der liegt auch bei und dann braucht man das gar nicht nutzen wenn man das zufällig schon zu hause hat so und hier ist das hauptteil das mikrofon wirklich sehr schwer alles komplett aus metall gehalten sowohl das oberteil in silber als auch unten im schwarzen matt die mikrofon halterung lässt sich hier verstellen innen ist ein gewinde aus metall drin und man ist ja eben sehr flexibel da man das mikrofon auch noch unten drehen kann da haben wir den usb anschluss zum einstecken und hier ist der volume regler wobei das nicht der lautstärke regler für den kopfhörer ausgang hinten ist sondern der eingangs pegel für die aufnahme das muss man wissen weil da steht volume drauf hat aber eigentlich was mit dem eingangs pegel zu tun genau so dass es eben nicht übersteuert dafür ist das gedacht und auf der rückseite ist wie gesagt ein kopfhörer eingang dass man hier eine art monitor funktion hat man hört sich dann selber und es ist also keine verzögerung in dem sind sondern das ist wirklich eins zu eins was man hier hört kann man dann gleich kontrollieren wie laut man ist und so weiter so und jetzt schrauben wir das einfach mal ein diesen ständer hier geht wunderbar das gewinde ist sehr gut passend naja mit vor der kamera muss man eben ein bisschen genauer zielen dann schauen wir uns das da rein passt so weit von der höhe her ist es eigentlich genau richtig wenn man auf dem stuhl sitzt hat man das mikrofon praktisch genau vor dem mund und kann das dann eben hier noch einstellen von von dem winkel her wichtig ist dass man von vorne rein redet da wo das logo ist das macht man auch oft falsch genau auf diese seite muss man rein sprechen und nicht hier viele denken ja das muss immer von oben rein gesprochen werden von vorne da ist die membrane drin und die zeichnet es eben auf den ton und da hat man eben dann die besten aufnahme qualitäten ansonsten seitlich hört man dann eben nicht den vollen ton so usb rein funktioniert wunderbar und also ich muss sagen von der qualität her ich habe mikrofone in der hand gehabt da war das ganze teil aus kunststoff und das hier ist eben sehr solide verarbeitet ich denke mal da hat man lange freude dran wenn jetzt noch die aufnahme passt ich nehme den ganzen audio ton hier schon mit dem mikrofon auf ihr wird es sicherlich schon bemerkt haben dass das anders ist wie sonst wenn die aufnahme so passt dann bin ich sehr zufrieden damit genau jetzt wollen wir noch das notebook und schauen ob das mit dem plug and play auch wirklich so funktioniert einfach audio recorder aufgenommen dann ins usb eingesteckt und schon gibt es einen klickton und unten kam die meldung unten rechts dass das mikrofon erkannt wurde es wurde natürlich auch eine audio ausgabe erkannt warum das gerät allerdings als test bezeichnet verstehe ich auch nicht hier sieht man dass sobald das mikrofon einsatzbereit ist innen eine blaue led leuchtet es ist also mit beleuchtung die lässt sich jetzt nicht deaktivieren die leuchtet sobald das mikrofon eben einsatzbereit ist dann lässt sich das eben hier am regler noch regeln die aufnahme von dem eingang her man kann dann mit dem audio recorder aufnehmen und sich natürlich auch wenn man möchte gleichzeitig im ausgang dann sich anhören wenn man kopfhörer eben dann noch dazu einschließt habe ich jetzt in dem fall hier mal nicht gemacht lässt sich aber ganz einfach machen das muss man natürlich im pc einstellen was die ausgabe ist und welches mikrofon für die eingabe ist beim notebook gibt es ja immer noch ein internes mikrofon das muss man natürlich einfach auswählen bevor man da was aufnimmt ansonsten ist es wirklich ein tolles mikrofon was mich noch ein bisschen stört ist dass keine mute taste mit dabei ist das wäre natürlich noch super gewesen weil bei gerade bei irgendwelchen live aufnahme live streams will man ja manchmal kurz was sagen was nicht jeder hören soll da wäre eine mute taste natürlich sehr hilfreich aber ansonsten wirklich sehr flexibel hier sieht man noch dass man das schön drehen kann auch und am winkel verstellen kann ich packe euch den link zum mikrofon unten in die video beschreibung mit rein daumen nach oben wird mich natürlich sehr freuen und lasst mir doch auch ein abo da bis zum nächsten mal ich hoffe euch hat es ein bisschen gefallen tschüss um und und Untertitelung des ZDF, 2020